Wunderschönen guten Morgen aus dem tollen Böblingen. Ich bin mit Daniel Buda auf dem Weg nach, wo fahren wir hin? Nach Donau-Eschingen. Donau-Eschingen, um da beim Martin Keimer Charity-Golf mitzuspielen. Da freue ich mich sehr drauf. Wir sind in aller Herrgottes früh losgefahren, um 5 Uhr bin ich los. Und ich hoffe, wir kommen pünktlich an, denn um kurz vor 12 haben wir ein Flight. Wir sind gerade angekommen, wir sind noch keine zwei Minuten da. Ja, war natürlich schon am Buffet, denn wir müssen noch ein bisschen was frühstücken. Das ist so unser Panorama für die nächsten Tage. Du sagst, hier ist der Golfplatz nicht so schlecht, ne? Ja, habe ich gehört, der wäre nicht so schlecht. Ah, okay, gucken. Freunde, da ist mein Flight. Hat nicht lange gedauert, Prost. Da geht es jetzt hin, mal gucken. Freunde, da ist er. Ein Vogel mit einem Haar. Mit einem Haar. Da oben kreist er. Jetzt ratet doch mal, wer hier gerade gegen den Pfosten geknallt hat. Und der Golfgott hat gesagt, dein Ball ist nicht im Wasser, sondern er bleibt hier liegen. Und der Golfgott hat gesagt, dein Ball ist nicht im Wasser, sondern er ist nicht im Wasser.